Vor ein paar Wochen hat DJI die neue Mavic Air 2 vorgestellt. Und bei mir ist jetzt auch endlich eine gelandet. Und was diese drauf hat, das seht ihr nach dem Intro. Salve Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Am 28.04. war es soweit. DJI hat die neue Mavic Air 2 vorgestellt. Und da kursierten schon im Voraus etliche Leaks und Gerüchte, was die neue Drohne wohl so kann und was sie nicht kann. Und unterm Strich wurden wir einfach nicht enttäuscht. Es stecken jede Menge coole Features in der neuen Drohne. Wie zum Beispiel 8K Hyperlapse Modus. Fotos in 48 Megapix Qualität. Es gibt einen überarbeitenden Active Track, der sich jetzt Focus Track nennt. Und und und. Also ich will, dass jetzt auch gar nicht das Datenbad um die Ohren haben, sondern viel mehr in dem Video heute zeigen, wie zum Beispiel die neue Fernbedienung aufgebaut ist und wie die Aufnahmen oben in der Luft aussehen. Also viel Spaß dabei. So Leute, kommen wir zunächst zur Fernbedienung. So sieht das gute Stück aus. Ihr seht, optisch hat sich ein bisschen was getan. Sie ist größer geworden. Aber wie ich finde, praktischer. Das Ganze seht ihr jetzt. Das Handy selber. Das wird jetzt hier oben eingespannt. Also nehmen wir hier unten. Wie zuvor. Sondern hier oben. Das mal kurz zeigen. So sieht das dann aus. Check. Und dann ist es auch schon drin. Ich persönlich finde es praktischer. Denn es geht für meine Begriffe schneller. Und die Antennen, die sitzen hier oben drin. Sprich, hier muss auch nichts mehr justiert werden oder ausgerichtet werden. So, ihr seht, Steuerknüppel sind hier noch nicht drin. Auch ganz praktisch. Die sitzen hier unten drin. Was gerade auch für den Transport extrem praktisch ist. Denn damit schmälert man das Ganze auch. Die werden dann hier so aufgeschraubt. Und das sitzt doch alles schön sicher. Ich würde es jetzt erstmal kurz wieder abschrauben. Dass ihr das quasi nochmal seht. Wie flach das dann ist. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. So, dann gehen wir mal kurz auf die ganzen Bedienfelder ein. Ihr habt zum einen den Home-Button. Wie gehabt. Hier. Dann auf der rechten Seite den An- und Ausknopf. Wie gehabt. Einmal kurz, einmal lang, um das Ganze einzuschalten. Beziehungsweise auszuschalten. Und in der Mitte habt ihr einmal links den Tripod-Modus. Das ist ein sehr Träger-Modus. Ihr könnt quasi ganz smooth mit der Drohne fliegen. Dann habt ihr den Normal-Modus. Der ist meistens eingestellt. Das ist so der Standard-Modus. Und dann einmal ganz rechts den Sport-Modus. Damit immer bitte vorsichtig sein. Denn dann kommt die Drohne auf ihre Höchstgeschwindigkeit. Ich stelle jetzt einfach wieder auf Normal ein. Denn wenn es dann losgeht, reicht mir die Geschwindigkeit dann auch aus. Ansonsten seht ihr das Ganze dann auch mal reingefahren. Beziehungsweise, ich zeige euch erst mal oben, wie das Ganze hier gemanagt ist. Wie gesagt, die Spange kann dann so reingefahren werden. Und unter der Spange sitzt quasi das Kabel. Das wird dann wieder so rumgeführt. Ihr habt quasi auch wieder drei Anschlüsse. Einmal für Apple und wie gewöhnlich für die Android-Handys. Das ist alles im jeweiligen Umfang enthalten. Das wird dann so rumgeführt und dann an der Seite ans Handy herangesteckt. Hier an der Schulter-Taste der Auslöse-Knopf für Videoaufnahmen, beziehungsweise für die Fotoaufnahme. Und oben rechts habt ihr nochmal... Ich ziehe mal kurz im Fokus nach. Habt ihr nochmal einen Schalter, in dem ihr quasi vom Video auf Foto oder Foto auf Videomodus umschalten könnt. Und die ganzen Einstellungen dann auf dem Display angezeigt bekommt. Und hier links ist nochmal eine Funktionstaste, die letzten Endes dafür dient... Ihr könnt da, glaube ich... Die Drohne hat unten eine Beleuchtung, eine LED-Beleuchtung. Wenn ihr die quasi zweimal kurz drückt, geht diese Beleuchtung an. Oder ihr drückt zweimal und der Gimbal wird kalibriert. Das könnt ihr aber auch nochmal selber einstellen, wenn ihr das Ganze umgedreht haben wollt. Beziehungsweise einmal drücken für Kalibrieren des Gimbals und zweimal drücken für die Beleuchtung. Oder umgekehrt. Je nachdem, wie ihr das wollt, wird das dann in der App eingestellt. So, hier unten habt ihr nochmal so vier kleine LEDs. Die zeigen euch letzten Endes den Akkustand an. Wenn ich jetzt hier mal drauf drücke, seht ihr, die leuchten alle auf. Sprich, die Fernbedienung ist komplett aufgeladen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Hier unten nochmal USB-Typ-C-Anschluss zum Aufladen der Fernbedienung. Ansonsten gibt es hier nichts mehr weiter zu erzählen. Ich finde, die Fernbedienung liegt sehr gut in der Hand. Hätte ich am Anfang nie gedacht, weil sie wirklich gewachsen ist, größer geworden ist. Aber für meine Begriffe eine coole Lösung. Eine andere Lösung, eine neue Lösung. Ach, da habe ich ganz vergessen. Hier das Bedienrad noch, um den Gimbal zu neigen. So, jetzt haben wir es aber wirklich. Also wie gesagt, für meine Begriffe liegt es extrem cool in der Hand. Und das Handy geht lockerflockig hier rein. Und das sitzt auch bombenfest. Also hier hat man hier das Gefühl, dass hier irgendwas rausspringen könnte. Das ist wirklich sehr stabil. Genau, und das war es auch eigentlich schon zur Fernbedienung. So Leute, ich habe jetzt die Drohne schon mal mit der Fernbedienung verbunden. Alles betriebsweit soweit gemacht, dass wir dann direkt starten können. Ich will euch bloß im Voraus noch mal mit in die App reinnehmen. Ich muss euch noch was zeigen, bevor wir starten. Und zwar, ihr habt hier oben das Bedienfeld Starterlaubnis. Dort gehen wir einfach mal drauf. Und dann können wir vor Abflug noch einige Daten festlegen, die vielleicht ganz wichtig sind. Und zwar haben wir hier ganz oben die Rückkehrflughöhe. Die ist hier jetzt bei mir auf 70 eingestellt. Ich würde es jetzt mal, hier ist es relativ frei überall, ich würde sie jetzt mal auf 40 Meter setzen. Es kommt immer darauf an, was ringsherum so ist. Wenn jetzt hohe Bäume oder Gebäude sind, dann würde ich es ein bisschen höher setzen. Einfach nur, dass die Drohne, wenn sie dann alleine zurückkommt, nirgendwo hängen bleibt. Die maximale Flughöhe habe ich hier auf 100 Meter eingestellt, wie es ja auch gesetzlich so festgelegt ist. Also maximale Flughöhe bei 100. Maximale Flughöhe habe ich jetzt auf keine Limitierung eingestellt. Ich werde es jetzt auch gar nicht so übertreiben, aber ihr wisst ja selber, rein gesetzlich, Drohnen fliegen nur in Sichtweite. So, hier unten habt ihr noch mal die Option SD-Karte, beziehungsweise interner Speicher. Im Prinzip der Speicherort, wo wir die Daten festhalten. Die Drohne selber hat ja einen internen Speicher von 8 GB. Wir wollen das Ganze aber auf unserer SD-Karte speichern. Wo ich euch auch wirklich empfehle, eine ordentliche SD-Karte, eine schnelle SD-Karte zu nehmen. Denn wir füllen ja in 4K und da muss auch einiges weggerechnet werden. Besonders bei 60 Bildern pro Sekunde, was die Drohne übrigens auch kann. So, und darunter zeigt es lediglich noch mal an, die verbleibende Flugdauer. So, ihr seht ganz oben, Vorflugcheck, normal. Wenn wir jetzt hier rausgehen, bei Starterlaubnis, wenn jetzt irgendeine Fehlermeldung kommt, sprich, wenn wir in irgendeinem Bereich sind, wo wir nicht fliegen dürfen, dann zeigt uns das auch hier oben links an. Also sprich, wenn irgendwas nicht stimmt, wie bei mir jetzt gerade war der Gimbal blockiert, ich hatte den Gimbal-Schutz noch drum, musste ich natürlich abmachen. Das zeigt mir, dass das hier oben noch an. Also ich weiß genau, wenn irgendwas nicht hinhaut, dann steht das hier und dann habe ich noch Zeit, das gerade zu rücken. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. So, jetzt noch mal ganz kurz zur App. Ich will euch die ganzen Funktionen in einem extra Video noch mal alles in Ruhe erklären. Also hier gibt es noch allerhand einzustellen. Das würde jetzt bloß den Rahmen des Videos einfach sprengen. Also nicht, dass euch wundert, das war jetzt bloß vorab eine kleine Info vor dem Flug, was man einstellen kann. Es gibt natürlich viel, 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 viel mehr in der App einzustellen. Aber das, wie gesagt, in einem separaten Video. Jetzt aber viel Spaß. Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 Wirklich hat man null Ängste. Also man kann sagen, je weiter die Drohne entfernt ist, desto sicherer fühlt man sich. Also wirklich, da hat DJI ganze Arbeit geleistet. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.